Der Tourismus ist ja in den Ländern des südlichen Afrikas ein bedeutender Wirtschaftsfaktor, auch einer mit Steigerungsraten. Und diese Form des Tourismus ist natürlich eine, die sehr stark auf die Landschaftseigenschaften abzielt, wo es um Safaris geht, Wild Animals, dass Exotik und Kultur kennengelernt wird, Touren mit dem Hubschrauber, Rundflüge, Bootstouren und gucken dann abends Sunsets an und nehmen dann so Gin Tonics und andere Dinge zu sich, genießen halt das Leben in den südlichen Afrikas. Und auf der Reise, auf der Forschungsreise, die wir gemacht haben, ging es eigentlich im Schwerpunkt doch darum, dass wir uns solche touristischen Angebote angucken, die quasi hinter diesem Wild Animals, Sunset und Gin Tonic Tourismus stecken, wo der Kontakt zur Bevölkerung organisiert wird, wo es darum geht, den Alltag besser kennen zu lernen, was das für Angebote sind, wie die Angebote funktionieren und was sich die Anbieter solcher Touren davon versprechen. Ich habe Mantrid auf seiner Forschungsreise in das südliche Afrika begleitet und vor der Reise sind mir viele Dinge durch den Kopf gegangen. Ich war ganz gespannt auf das, was ich da erleben werde. Man hört immer Reiseberichte. Wenn man ins Reisebüro geht, sieht man so viele Sachen auch über das südliche Afrika. Wir haben auch hinter die Kulissen geguckt. Wir waren neugierig und sind dann auf die Märkte gegangen. Wir haben das Essen der Menschen da probiert. Was essen die da eigentlich? Aha, das schmeckt lecker. Es macht nichts. Wir haben es vertragen. Wir konnten auch mitbekommen, wie die arbeiten. Wir sind eingeladen worden in die Wohnungen, um zu gucken, wie wohnen sie da, wie wohnt eine große Familie auf so einem kleinen Raum, wie organisieren die das alles, wie managen die das. Das Konzept der Living Museums ist eine authentische Darstellung von traditioneller Kultur der namibischen Volksgruppen. Es verfolgt drei Ziele. Den Abbau von Armut, die Bewahrung der traditionellen Kultur und die Schaffung eines interkulturellen Austausches zwischen Besuchern und Einheimischen. Wir haben so diesen traditionellen Alltag mit denen dort erlebt. Uns war schon bewusst, dass das auch eine Inszenierung ist. Aber bei den Himbars hatte man auch das Gefühl, ja, 80 Prozent von dem, was wir da erlebt haben, ist auch noch immer Alltagsbestand. So leben sie. Sie hüten ihre Ziegen und ihre Kühe. Das haben wir auf dem Weg dorthin. Wir sind selbst gefahren. Am Straßenrand natürlich auch erlebt. Also den Touristen, so wie es uns mitgeteilt worden ist, gefällt das ganz großartig. Die sind ganz begeistert. Am Schluss kann man noch dann irgendwie so ein bisschen Souvenirs kaufen. Das gehört immer dazu. Die meisten haben auch einen Campingsite dabei, dass man da übernachten kann. Also ein sehr stark an den touristischen Bedürfnissen orientiertes Angebot. Das Interessante an den Villagewalks war, dass sie häufig auch zur Diversifizierung der Tourangebote von den Lodgen dienen. Das heißt, die Lodgen machen dann Game Drives, Boatstouren, Rundflüge und dann ist aber eben auch ein Angebot immer so ein Villagewalk. Und das beinhaltet meistens, dass man zu einer in der Nähe der Lodge liegenden Dorf fährt, da mit Bewohnern in Kontakt kommt, die einem dann ihre alltägliche Lebenspraxis zeigen. Zum Beispiel haben wir gesehen, wie dann Maispray hergestellt wird. Wir haben eine Familie in Zimbabwe gesehen, die in ihrem Homestead lebt mit einer großen Menge von Verwandten. Da wohnen dann 14, 15 Leute aus so einer Homestead. Was mich auch sehr berührt hat, ist, wie liebevoll die auch mit ihren Kindern umgehen. Welche Gedanken sie sich machen, sie machen sich auch Gedanken dazu, welche Zukunft hat mein Kind, wie kann ich mein Kind gut begleiten, damit es auch eine bessere Zukunft hat, als die Leute in der Lebenssituation, in der sie sich nun befinden. Und dem Touristen wird dann auch im Gespräch deutlich gemacht, mit welchen Lebensbewältigungsstrategien die Personen ausgestattet sind, wie sie versuchen ihren Alltag zu bewältigen, welchen Beschäftigungen sie nachgehen, wie sie ihren Alltag verbringen. Und diese Village-Touren ist eine spannende Sache. Kann ich nur jedem empfehlen, mutig auch ins Feld zu gehen. Ja, eine sehr stark, schon sehr intensiv untersuchte Form des Tourismus ist natürlich der Township-Tourismus. Da haben wir in Kapstadt, Windhoek und auch in Dar es Salaam Touren besucht. Und das ist eben auch eine Tour, die sehr stark darauf abzielt, das Alltagsleben, die Entwicklung von Townships zu zeigen, die kulturelle Komponente in eine Vorderung zu stellen, zu zeigen, wie diversifiziert das Leben und die Wohnsituation in den Townships sind. Die Besuche in den Townships fand ich sehr spannend. Wir sind in einem Bürgerzentrum gewesen, wo viele kleine Läden waren, wo auch Kommunikationsmöglichkeiten für die Leute, die im Township leben, stattfinden kann. Im Township selber gab es Räume, wo Künstler ihre Kunst präsentiert haben, wo sie auch die Kunst direkt vor unseren Augen gemacht haben. Was ich dann ja auch immer spannend finde, ist die lokalen Märkte zu erleben, weil auf dem lokalen Markt kann man sehen, was die Leute essen, wie es hergestellt wird, wo kommt es her, was machen die alles, auch die ganzen unterschiedlichen Gewürze, die man hier nur schwer bekommt. Dieser Township-Tourismus ist halt auch eine Form, der bei den Touristen unheimlich gut ankommt, wenn man bei verschiedenen Anbietern im Internet guckt, wie die Touren bewertet werden, aber auch unsere eigenen Untersuchungen nimmt, dann sind die Leute komplett begeistert. 99 Prozent unserer Gäste sagen, das Beeindruckendste an der Afrika-Reise war die Township-Tour. Die Besucher freuen sich sehr über diese Tour. Die Besucher der Tour sagen immer, es zeigt die richtigen Gesichtspunkte der Stadt, also so wie die Menschen hier in Realität leben. Es ist fantastisch, deswegen sage ich auch immer, deswegen danke ich zu Gott für diese wunderschöne Möglichkeit. Ein anderes touristisches Angebot, was wir uns angeschaut haben, das waren sogenannte Outreach-Programme, die haben wir vor allem in Zimbabwe gesehen auf der Mosangano-Lodge, die speziell auch entwickelt worden sind für Touristen. Mit dem Outreach-Programm haben wir für die Besucher von Mosangano ein einzigartiges Angebot geschaffen. Es ging darum, die Leute aus der Komfortzone zu holen, die Touristen mit den Zimbabweern in Kontakt zu bringen, also mit dem normalen Leben in Zimbabwe. Alle, die wir gesehen haben, hatten ein großes Interesse an dem Austausch. Die wollten gerne wissen, wo kommen wir her, was wollt ihr hier, was macht ihr hier. Also ein Tourangebot, was fast schon Bildungscharakter haben sollte für die Touristen. Und wo eben auch nicht nur ein monetärer Hintergrund war, sondern wirklich auch der Hintergrund zu klären, so, hier sind wir jetzt in Zimbabwe, so sieht das bei uns in Zimbabwe aus und das ist unser Leben. Tourismus heißt Tourismus. Entweder Mast-Tourismus oder alle kommen an und knipsen Elefants, Sundowns, Gin & Tonics. Das ist langweilig. Und viele Leute wollen das nicht mehr. Die wollen mehr wissen, wie lebst du hier? Was heißt Benefit? Was heißt Überlebung? Was heißt Reichtum und Armut? Nicht nur Komm, Foto, Tschüss, Geld, sondern auch Austausch. Hier ist Wissen, da ist Wissen. Wenn ich jetzt die Tour nochmal Revue passieren lasse, die wir gemacht haben und welche Erkenntnisse und Einsichten wir gewonnen haben, dann ist das eine sicherlich, dass wir sehr starke Unterschiede zwischen den verschiedenen Tourformen in den Ländern des südlichen Afrikas gesehen haben. Es gibt also eine große Bandbreite, wie verschiedene Organisationen versuchen, den Besuchern das Land, die Menschen und die Kultur näher zu bringen. Interessant war es natürlich auch für uns, die Mechanismen und Vorgehensweisen zu sehen, wie die Touren organisiert werden, wie bei den Besuchern der Alltag präsentiert wird, also wie die Touranbieter versuchen, Authentizität herzustellen. Dass man zu Fuß geht, dass lokale Führer eingesetzt werden, dass eigentlich alle Sinne angesprochen werden, also riechen, sehen, schmecken und fühlen. Und dass dadurch ein sehr starker Charakter entsteht, wie diese Touren bei den Touristen ankommen. Ja, und spannend war es auch zu erkennen, wie vielfältig die Effekte sind, die diese Touren haben. Und zwar, es gibt dann ökonomische und soziale Effekte und auch eben emotionale Effekte, die wir mitbekommen haben, dass die Besuchten sehr emotional auf diese neuen Erfahrungen reagieren. Ja, schließlich konnten wir bei den Touren und bei unseren Analysen auch gut erkennen, wie dieser Community-Based Tourismus funktioniert. Denn natürlich wird durch die Touren die Teilhabe am ökonomischen Leben verbessert, aber der Verdienst oder das, was dabei herauskommt, ist in monetärer Sicht natürlich sehr gering und nur ein kleines Zubrot für die Guides und deren Familien. Ich würde mich sehr freuen, wenn mehr Touristen die Dörfer angucken, wo sie die Straßen, das, was am Straßenrand stattfindet, das leben, dass sie das wahrnehmen, dass sie sich trauen, auch mal nicht im Restaurant vor Ort zu essen, sondern dass sie tatsächlich ins Dorf gehen und einfach mal mit den Einheimischen in ein einheimisches Restaurant gehen. Das wäre wunderbar. Zum Beispiel die Frage nach den Wirkungen der Touren auf die Identität der beteiligten Akteure und der jeweiligen Gesellschaften, die besucht werden oder die besuchen. Was machen die Touren mit uns und was machen die Touren mit den Personen, die besucht werden? Ja, und kann man eigentlich das, was wir da gesehen haben, noch als Tourismus bezeichnen? Und wenn das kein Tourismus ist, was ist es denn dann? Es ist dann Bildung, soziale Arbeit oder Entwicklungszusammenarbeit. Und eine bislang noch gar nicht untersuchte Frage ist auch die, welchen Stellenwert diese zum Teil sehr intensiven körperlichen und emotionalen Erfahrungen bei der Herstellung von Authentizität haben. Also an welchen Stellen der Tour bekommt man eine Gänsehaut? Wann ist man als Tourist gerührt oder wann ist man traurig? Welche Anglosphäre wirkt an welchen Orten wie auf unsere Wahrnehmung? Und bei solchen Fragen stehen wir noch ganz am Anfang der Forschung. Das Schönste war, dass diese Menschen mir so offen begegnet sind und ich denen auch offen begegnen konnte, selbst mit meinen Vorbehalten oder meinen Ängsten, die ich vielleicht vorher ein Stück weit hatte. Da war ich noch nicht. Da war ich noch nicht. Untertitelung des ZDF, 2020